Im 30. Jubiläumsjahr der Möbelmacher wollen wir Sie zu dem 20. Unterwurmbacher Weibler Tag einladen. Am Freitag, den 8. Juni, ist die Vernissage mit bisher noch nie gezeigten Werken von Anna M. Scholz. Am Samstag und Sonntag ist Tag der offenen Tür und Sie können unser Gelände und die Ausstellung genießen und das Arbeiten an einem tollen Gesellenstück miterleben. Am Samstagabend zeigt Lothar Mayer in einem Multimedia-Vortrag die Besonderheiten des fränkischen Weins, natürlich mit Verkostung und wie an allen drei Tagen kulinarischen Köstlichkeiten vom Hutzelhof. Am Sonntag um 16 Uhr ist das Jubiläumskonzert mit dem Collegium Musicum, diesmal mit Überraschungsgästen. Wir freuen uns über Ihren spontanen Besuch. Mit einer Anmeldung per Mail oder Telefon würden Sie uns die Vorbereitung aber sehr erleichtern. Bis bald! Modellujen Modellujen Vielen Dank.